Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Der Telefon hat. Der Telefon von San Piero. Sie sind hier auf der Blacktop, keine Chota, keine Chota-Choppers. Willst du ein bisschen Geld machen? Der Pope schützt in den Wald. Warum stimmst du mir das, Holmes? Ich sagte dir, ich weiß nicht. Was der Heilige macht, ist sein Business. Geh ein schnelles Auto und meet mich im Kano, in den Süden von Montgomery. Bis zum nächsten Mal. Oh, zwei Überfälle. Äh, Gone Carting. Das ist die erste Mission. Oh, zwei überfälle. Oh, Baby, please, no. Please, Baby, no. Au. Ey. Oh. Ey. Oh, shit. Yes. Faster. Harder. Deeper. Oh, Jess. Ja, genau. Maybe we can go out and rob now. Die haben jetzt bestimmt trainiert. Gut. Äh, gute Sache. Ich bin froh, wenn wir die Alten los sind. Ich bin froh, wenn wir die Alten los sind. Ich bin froh, wenn wir die Alten los sind. No, I didn't say that. Carl, I say I'm in love with you and you act like I'm an idiot. I see the way you look at the women. I know you're kind, Carl. I am serious. I will kill you if you ever mess around. I will castrate you first. So, wir fahren mal in die Stadt. Enough. I need some fucking money. Carl, you are really boring me now. Please, sweetheart. I got some real, real, real deep shit. Okay. Maybe today we can hit it. Wir werden mal sehen. Wir nehmen einfach mal den rechten Punkt. Ah, fahr doch deine Mühe da weg. So, wie klar, der eilt ja... Ah, geht's okay. So. Bei denen heute die Bank. Small Town Bank. You're on crowd control, so don't take any shit. Yes, m'm, Miss Catalina Miss. Don't even think about doing anything, motherfucker. Hand over every last dollar. Now, bitch. I'm going to empty the safe. Keep these idiots covered. All right. You heard the lady. No heroic shit. Oh, shit. Shit, I give you one simple job. You want to die? Idiota. Oh. Get out of my way. What? Jason. Hang on. Ich hab das blöde Gefühl, äh, äh, ich hab's ein bisschen verkackt. Das war natürlich nicht die ideale Variante. Ich hab' keine Schall. Äh, warte mal. Ein bisschen jetzt irgendwie raus. Äh, ja. Und du, äh, was müssen wir machen? Achso. Den Zelter öffnen. Hä? Come on in, let's do this. Hab' ich jetzt gerade... Ich hab' wieder sicher. Ich hab' jetzt nicht verstanden, was wir wollen. Wir wollen. Aha. So, der erste ist kaputt. Jetzt versteh' ich gerade, was ich wollen. Jetzt weiß ich, was die vor mir, was die wollen. So, der erste ist kaputt. And ich seh' gar nicht weiter. Ich sehe dich! Ich seh' cool! Ich sehe dich이야! Ich höre dich! Meine Leute hören unsagens ab! Ich seh' immer drauf! Wir allańten euch. Ich war für dich. Untertitelung. BR 2018 Oh nein! Alter, ich fahr' eine Scheiße zusammen! Ah, ist okay. Dann haben wir das erledigt. Och Mann! Ich fahr' eine Kacke jedes Mal zusammen! Die Mission ist verkackt. Ich fahr' einen Mann zu töten! Sicher, das ist der richtige Mann in der Zeit! Wir haben ein klarer Bezug auf den Suspekt! Ja, schön, dass ich das jetzt irgendwie machen muss. Ich hab' auch wirklich fahr' einen Scheiß zusammen jedes Mal. Ich bin sehr sicher. Ich bin sehr sicher! Ich bin sehr sicher! Ich bin sehr sicher! Das war's für heute. das war die kacke und ich hatte hier die übel verkackt aber müssen die missionär es wird auf den fahrer please don't do that just relax and live me Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Da ist die alte einfach kurz eben nicht aus dem Auto rausgekommen und ich verliere die Mission tatsächlich. Och, Leute. Ja, tut. A whore you don't even pay? No, I didn't say that. Carl, I say I'm in love with you and you act like I'm an idiot. I see the way you look at me. I know you're saying Carl. I am serious. I will kill you if you ever mess around. I will castrate you first. Then I will make you a guy. Enough. I need some fucking money. Carl, you are really boring me now. Please, sweetheart. I got in some real, real deep shit. Holy fucking. Maybe today we can see you. Das ist aber geil, dass ich das... Och, leck mich doch am Arsch, Alter. Jetzt geht's mir aber echt mittlerweile auf den Sack. Ich werde diese scheiß Kopf sich los. Especially when you got to scream with bitches on the back and shoot and pass your ears. Hey, Heidi, when you angered me, Carl, I was trying to anger you more often. Nimm deine scheiß blöden Kopf weg. Gib mir die. Ja, genau. Geil. Und wenn ich... Och, leck mich doch, ey. Das ist doch scheiße so. Wir versuchen uns in der nächsten Folge einfach nochmal neu... Michael, ich bin... Gib mir das gerade ein bisschen auf den Nerv. Na gut. Wie gesagt, in der nächsten Folge wieder nochmal bei GTA San Andreas. Dann probieren wir es nochmal. Dann probieren wir es nochmal.